Heinrich Jordan von Wutnenau war ein preußischer Generalleutnant, Chef des Dragoner Regiment Nummer 6 sowie Erpair auf Rudopönen, Kreis Gumbinnen, Leben, Herkunft. Seine Eltern waren Moritz Friedrich von Wutnenau, Erpair auf Trebichau, Weidenfeld, Kösetzen, Anhalt und dessen Ehefrau Agnes Armgard, geborene von Wartensleben aus dem Haus Brambi. Sie war eine Tochter von Jordan Heinrich von Wartensleben. Militärlaufbahn Wutnenau kam im Jahr 1672 in das Dragoner Regiment der Flinger. Während des holländischen Krieges 1672-79. kämpfte er gegen die Franzosen und Schweden. Er nahm an die Schlacht bei Fairbillen und am Feldzug in Vorpommern teil. Im Jahr 1676 wurde er Leutnant. Er nahm 1685-86 am Feldzug in Ungarn und der Belagerung von Ofenteil, wo er sich auszeichnen konnte. Im Jahr 1686 wurde Wutnenau Hauptmann und am 13. Mai 1692 Major im Regiment Anhalt zu Pferde sowie am 19. April 1694 Oberstleutnant. Ab 1702 kämpfte er im Spanischen Erbfolgekrieg in Brabant. Wutnenau war bei der Belagerung von Lille, Gent und Mons sowie an der Schlachten von Odenade, Nährwinden und Malplaké beteiligt. In der Zeit wurde er am 19. Januar 1703 zum Oberst befördert und am 14. Januar 1710 Kommandeur des Regiments Schlittenbach zu Pferde. Kurz danach am 21. Januar 1710 wurde er zum Brigadier ernannt. Am 29. Januar wurde er als Kommandeur in das Regiment Albrecht zu Pferde versetzt. Nach dem Krieg wurde er am 14. Mai 1713 Generalmajor, als solcher nahm er am 1715 16. am Pommernfeldzug teil. Wutnenau war bei der Besetzung von Wollen und der General von Schwendi. Im Mai 1715 erhielt er drei Regimenter Dragona und Kavallerie und schlug damit bei Großmorkratz ein Lager auf. Am 3. Juli 1715 stand er vor Stettin, danach auch vor Stralsund. Im Anschluss an den Krieg wurde er am 28. März 1717 Chef des Dragona-Regiments Nummer 6 mit Stabsquartier in Heiligenbeil und ab 1718 in Insterburg. Am 21. Mai 1721 wurde er preußischer Generalleutnant mit Patent vom 22. Mai 1721 und gleichzeitig Chef des preußischen Husarenchor. Er starb am 4. Juni 1727 in Insterburg und wurde am 6. August 1727 in der Stadtkirche von Insterburg beigesetzt. Familie Wutnenau heiratet 1679 Luise Henriette von Krummensee aus dem Haus Schöneiche. Sie war die Tochter des Kurbrandenburgischen Oberstwachtmeister Otto Friedrich von Krummensee. Sein Schwiegervater fiel 1678 bei der Belagerung von Stralsund. Das Paar hatte wenigstens einen Sohn, Hünert Oberstkommandant von Pillau und Ritter des Ordens Pur-Lemäret.